Ich dachte, das wäre so ein FC Bayern Symbol. Hatte erst ein bisschen was da vorne, aber nicht so ganz. So. Wahrscheinlich müssen wir tauchen, wie es aussieht, oder können wir hier was machen an dem Tor? Kann ich hier tauchen? Nee. Okay, kann ich gar nicht. Achso, ich sehe schon, alles klar. Ja. Ja, gut, da. Der Hit, jetzt habe ich es gesehen. Komm schon raus, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Hast du sie gewarnt? Verdammte Schlange! Du hast sie! Ab ihn! Scheiße! Scheiße! Jetzt, in solchen Situationen geht es ja einigermaßen, aber nicht in der Cutscene. Das ist ja sehr, sehr störend. Was gut ist, wenn die so eine Lampe haben, kann man sie natürlich gut erkennen. Hat er sie jetzt noch nicht? Ha! Da war noch mehr, eben, ne? So schlimm. Ja, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, fuck! Oh, verdammte Scheiße! Hab ich, ich hab genug Beaty-Packs jetzt gerade. Schnell mal eins nehmen. Ach so, man kann hier durch, deswegen, ah! Oh, fuck! Oh, fuck! Jetzt ist aber, geht's aber ab hier. Oh! Oh, der hier wieder. Oh, der hier wieder. Hier leben noch welche, in jedem Fall. Schockse, in der Flucht, du Scheiße! Wo denn? Ich such den Typen noch. Wer hat denn gerade, ich hab sie gerufen. Ach, da hinten. Ich seh dich, du Arsch. Halt sie aus! Ja! Ah! Oh, Gott! Okay. Komm hoch! Komm hoch! Na, komm! Alter Schwede! Jetzt hab ich ihn! Okay. Jetzt haben wir die Flammenwerfer. Oh, fuck! Luck dich! Mann, ey! Von wo denn? Das Problem ist, ich seh halt nicht, von wo die auf mich schießen. Oh, das ist drei Medi-Packs gerade hier verballert. Oh, das ist drei Medi-Packs gerade hier verballert. Ich hab gerade gesehen. So. Versuchen wir es mal hier mit. Oh, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich hoffe, das kann man irgendwie verstehen. Anscheinend sind da hinten noch welche gewesen, ich hab da ja ganz gut was eingesammelt, von daher glaube ich, können wir weitergehen. Ich hoffe... Irgendwo da hinten hab ich die ganze Zeit einer angeschossen und ich hab den nicht gesehen und nicht gefunden. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist ja ne Tür. Ne? Okay. 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 Ein Radiosender, aha. Okay. ное. Ja, ich habe da jetzt gerade nicht alle erwischt, das ist mir schon bewusst, aber immerhin sind wir da halt nicht gekommen. Ich habe zwar reichlich Minipacks gerade verschwendet, ich werde auch noch mal eins herstellen. Das war nicht so schön, ne? Ich behalte mal zur Sicherheit mal eben in die Armbrust mal gucken. So, was sagt die Zeit? Ja, wir sind noch ganz gut dabei. Achso, vielleicht kann ich mal kurz die Taschenlampe anmachen. Da müssen wir hoch, okay. Okay, dann komm her, Lev. Lev, hol die Leiter runter. Tja, Isaac ist schon tot. Das hat mich echt so ein bisschen überrascht. Mein, der hat jetzt für mich auch keine riesige tragende Rolle gespielt, aber ich hätte gedacht, dass wir die noch ein bisschen länger durchziehen. So. Praktisch haben wir die nur in zwei Sequenzen gehabt, ne? Aber am Anfang, wo er mit Evie direkt gesprochen hat und Manny. Und jetzt eben gerade noch mal kurz. So. Und hinein. Tada. Oh, eine Werkbank. Das ist natürlich schön. Auch wenn ich, glaube ich... Ja, gut. Vielleicht, wir kriegen ja gerade ein bisschen was. Vielleicht kann ich gleich was basteln. Oh, das ist sehr gut. Da liegt Muni. Da liegt immer was. Oh, Pillen. Das ist natürlich sehr geil. Und wir können sogar bei den Pillen schon wieder was machen. Ist das hier der letzte... Ja, geil. Wir können das mit dem Rauchbomb machen. Das ist sehr gut. Wow, schon wieder ein vollständig. Das geht aber echt fix jetzt gerade hier, ne? Muss ich schon sagen. Okay. Gucken wir mal kurz. Ich glaube nicht, dass wir was machen können. Doch, wir können was machen. Und zwar... Bei dem und bei dem. Nachladegeschwindigkeit, Stabilität. Machen wir mal das Zielfernrohr bei dem hier. Weil das ist, glaube ich, nicht so prall. Ja, das ist schon ganz gut. Sehr schön. Dann können wir damit auch ein paar Leute wegsnipern. Hoffe ich nochmal. Gleich mal ausprobieren. Ich hatte auch Munition für das Gewehr gefunden. Dann kann ich gleich mal austesten. Ob das funktioniert. Und schon noch gilt. Das genau. Einmal nachladen. Und dann mal eben gucken. Ne, also wirklich. Mehr ist es auch nicht, ne? Ja gut. Dann ist das so. Trotzdem nehme ich jetzt mal lieber den hier. Da ist mehr Wumms drin. Da kriege ich einen mit einem Schlacht-Dot. Auf jeden Fall können wir jetzt, wenn wir denn die Materialien haben, mehr Rauchbomben, äh, mehr Rauchbomben, mehr Rohrbomben tragen. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Boah. Was davon übrig ist. Lev, wo sind die Boote? Ähm, bei den Docks. Hinter dem Feuer. Dann sollten wir da hin, ehe alle weg sind. Oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter? Ja. Ich weiß. Okay. Kommst du mit, oder wie ist es? So durch. Ich gehe jetzt. Zerreißen? Ich habe jemanden gehört. Vielleicht hat es noch gar keiner gesehen. Ja, sie schreien schon hier rum. Ah. Ähm, wo ist denn da? Erledigt diese Kriege! Ja! Abtrünnige! Versuch's, verdammt! Halt sie aus! Jagt die Abtrünnige! Flammen wäre schon cool! Ach, das ist doch ein bisschen fies, ne? Normalerweise ist der, glaub ich, eher gegen Infizierte gut. Boah, warum nicht, ne? Na, ich nehm mit das Ding. So, ist da hinten noch was versteckt? Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass hier noch eine Münze rumliegt, ne? Kann man ja in dem Gefecht auch mal gucken. Achso, das bist du. Ich krieg schon Panik hier! So, jetzt muss ich ja gegen beide, ne? Ich muss die Wulks und die Skars abschlachten. Das ist schon witzig. Ich bin mittlerweile ja so ne neutrale Zone. Vielleicht schließen wir uns Ellie an. Das wäre ja auch mal witzig. Vielleicht wären sie die besten Freundinnen. Da! Sie sitzen in der Falle! Sie dürfen uns nicht umzinken! Oh, vielleicht kann ich die nach und nach alle von hinten erwischen. Verflucht doch mal! Gut, wenn ihr lebt immer von selbst. Er lebt sie! ... ... Komm, komm, komm. Hm. Hat sich wirklich was gebracht, ne? Abbie, bitte! Fluch doch mal! Abbie! Abbie! Verdammt! Blöde Kuh! Komm hoch! Nein! Nein! Komm, ich hab nicht! Hat sie gerade gesagt, es regnet? Ah! Nicht nachlässig werden! Das klang für mich gerade so, es regnet! Als wenn das so gerade... ...ganz wichtig wäre. Oh, da ist ein Pferd! Ich glaube, das können wir uns gleich schnappen. Oh, ne. Oh, da ist noch eine Knarre. Die hätte ich gern. So, mal gucken, was hier so ist. Das... Das... Ja, ich hab mich mit Sicherheit, äh... ...davor hört. Aber das klang... Es regnet! Mit dem Gefecht! Oh Gott! Was sollen wir tun? So, da gehen wir gleich rein. Da sind bestimmt noch Sachen. Im Gebäude. Aber ich würde nicht mal hier draußen umgucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwas, was ich eben... ...noch nicht gesehen habe. Aber... Na, ich glaube, wir haben ja alles. Ha, ha! Achso, das sind so die Nahkampfwaffen. Die müsste ich echt mal öfter benutzen, ne? Da ist das Pferd. Mit dem Pferd werden wir wahrscheinlich gleich verlüchten. So, jetzt gehen wir aber vorsichtig hier rein. Ja, die Musik ist halt immer noch sehr, sehr angespannt. Sehr gut. Nachladen. Okay, die hat nix. Ist da was drin? Kurz gucken. Also, gut, Nahrung könnte ich jetzt tatsächlich grad nicht... Doch, könnte ich gebrauchen. Ja, ich dachte... Voll. Ist nicht voll. Ah, sehr gut. Stell uns die doch mal hin. Ja, gleich. Okay. Ich komme hier gleich nach. Ich muss mich erst hier oben gucken. Aha! Sehr gut. Und da ist das Pferd. Ich weiß. Ich will mich nur trotzdem hier zu Ende umschauen. Vielleicht können wir gleich noch was basteln. Äh, will ich nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Schönes Medi-Kit. Das liegt da. Oh! Flammenwerfer-Muni. Das ist natürlich auch geil. Ha! Können wir direkt mal nachladen. Warum nicht? Sehr gut. Aber ich werde den jetzt erstmal nicht hinpacken. Ich nehme... Oh geil. Wir haben ja auch wieder Schrot-Punition. Das ist natürlich noch geiler. Sehr schön. So langsam kriegen wir wieder ein bisschen Muni zurecht hier. So. Und wir können was basteln. Medi-Kit... Mann, ey. Er darf keine Rohrbombe basteln. Nämlich die Ammonie. So. Okay. Kann ich jetzt das... Ne. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Gut. Dann weiter. Ja. Okay. Aber wir... Achso. Motor! Werenf! Lift! Mer cùng! Echt cool. Gott! mein gott mein gott mein gott mein gott mein gott mein gott hu warte aufsitz aufsitzen wir müssen weiter geil das war cool die docks ok wir müssen hier raus Abby hier lang naja ich guck gleich boah echt cooler abschnitt gefällt mir mal wieder sehr sehr geil gemacht da willst du lange ah ah ok das nix na gut so viel los hier aus scheiße bleib die häuser schaff ich schaff ich glaube dass das kein großer Unterschied macht ob ich jetzt hier schieße oder nicht ne naja mal über den das ist natürlich echt praktisch da werden sich alle gegenseitig platt machen schon schon cool ey danke Lev gut dass du im Weg stehst so lange die uns halbwegs in ruhe lassen sag ich mal vorsichtig lassen sie mal schießen oh ist das eine lagkopfwaffe ne das ist sehr gut da könnte ich allerdings versuchen mit dem zu kommen ok wahrscheinlich muss ich das immer schön im Gleichgewicht halten ne ja hast du nicht gewacht du musst mal die Waffe doch einsetzen die lalalalalalalala so hat die noch was für mich alle haben sie nur nachkampfwaffen verdammte kacke viel was größeres ja wir brauchst du Pläne das ist nur eine Zange oh das ist auch gut das ist auch gut das witzige ist dass keiner auf mich so wirklich schießt da habe ich leider nicht haha perfekt dein lebe ist vorbei Wolf ich glaube die denken dass die hier erledigt sind dann brauche ich glaube ich nicht mal groß ja 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 ich komme rein das ist echt ein sehr geiler Abschnitt komm her komm her komm her das war der Typ so das ist die Frage wofür ich dich hier lang da ist noch ein Penner Alter Schwede jetzt hat sie mich noch getroffen die Pennerin die Pennerin ja nimm mal das Ding so so wofür wo kommt der denn sofort ich muss das mal eben einsammeln hier hat der noch was gehabt ja hat er so nachladen also kann ich ja gar nicht aber den kann ich doch nachladen der ist nicht viel so mitnehmen sehr sehr cool echt ein geiler Abschnitt hier die haben nichts für mich ist hier vielleicht noch eine Münze versteckt keine Münze für den Alex nö dann guck ich da hinten nochmal hin hier habe ich auch einen abgeknallt weißt du was auch nicht kann ich denn was basteln ich könnte auch ein Medikit bauen oder eine Rohrbombe ich nimm mal ein Medikit und Munition ist auch nicht zu verachten so ok so der Part ist auch gleich vorbei ich würde gleich mal eine Datensicherung machen aber noch nicht ganz bisschen haben wir auch dann gehen wir hier lang bei Feuer immer gut in ein Haus rein zu gehen ne in ein brennendes Haus oder so immer geil würde ich auch machen Gucken achso der darf ich nicht äh der darf ich nicht äh der darf ich nicht das der darf die die Nichts! 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 Ah! 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 Safer dumped! Checking out wolves! Ah! 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 Treffen sollte man können. Ich hab L gedrückt, du Sack. Ist halt ein bisschen böse, der Kleine. Wo ist er los? Everywhere! Oh! Alter, er hat's aber in sich hier. Mein Rucksack. Ich hab' keine Sache bei mir. Das ist scheiße. Ich muss meinen Rucksack wieder haben. Der Part ist vorbei, liebe Freunde. Ich muss leider hier an dieser Stelle einen Cut machen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, auch wenn's hier grad laut ist. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Würde mich sehr freuen. Euer Alex sagt Tschau. Bis zum nächsten Mal.